Kann ich jetzt endlich anmoderieren, Jungs! Was? 3, 2, 1... Bei mir geht's eh noch nicht, warte! Hallo und herzlich willkommen, meine kleinen Zuckermäuschen, zu Dead by Daylight mit dem spannenden Inferno. Ein Spiel, wo es Überlebende und Killer gibt. Die Überlebenden müssen Generatoren reparieren, um dann aus der Map zu hinkommen. Der Killer muss das aufhalten. Die Überlebenden einzeln schnappen, aufhängen, sodass sie dann dauerhaft tot sind. Die Überlebenden können aber die Leute, die aufgehängt wurden, von den Haken lösen und gegenseitig heilen und dann weitermachen mit dem Reparieren. Ich mach auch Geiz. Ah! Ah, Kutschi! Kutschi! Hat er nicht! Oh, scheiße! Kutscha! Komm, nimm das Hackpfeil! Wie komm ich hier raus? Nimm die Hacke! Der Typ kann nicht durchs Fenster. Oh, hab du Spaß! Kutscha! Komm, ich hol dich! Warum denn ich? Du süßer Wolleframme, du! Wer läuft da? Scheiße, Scheiße! Hä, wie mach ich denn das kaputt? Jungs! Wo sucht man sich? Schau mal... Ich fick dich, ich fick dich! Nein! Okay, Jungs, jetzt mal auf der anderen Ebene. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Hä? Ich komm nicht ran an ihn! Ich hab ihn extra geschlagen! Fick dich, geh weg! Hä, ich hab ihn extra geschlagen zweimal! Ich war nicht so in Range! Hey! Hey! Was bist du für ne Pussy? Hey! Johnny versteckt sich die ganze Zeit, oder wie? Wenn ihr sprintet, zieht er eure Spur! Ja! Sola! Ja! Warte, echt! Alter, Max, du bist gerade so geil an mir vorbeigertet! Ich hab mich in so einem Spinn versteckt und du rennst einfach noch vorbei! Echt! Nein! 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 Sola! Nicht verstecken! So, jetzt komm Zimmer aufräumen! Ja, denn was ist! Komm Zimmer aufräumen! Nein! Nein! Was ist los? Ich häng so auf, Alter! Das ist ein Traum, Junge! Das ist ein Traum! Hilft mir, Jungs! Wo hängst du denn? Ich weiß es nicht! Hier oben! Hier oben! Leute, ich mach mal ein bisschen was zu mir, um das Game zu gewinnen, ne? Ach du Scheiße! Das ist irgendwas Lebendiges! Äh... Jo, Max, bist du behindert? Hä, was? Ganz ehrlich, Alter! Bist du komplett gern behindert? Hä? Warst du da dran? Ah! Komm her, Kucha! Wir sehen gleich, wer behindert ist! Der ist immer noch hinter mir, Leute! Ich brauche mal Hilfe! Junge, was soll ich machen? Wo bist du? Johnny, was ist los? Hallo! Nein! Alter, Falle! Du kleine Ratte! Jetzt hab ich dich! Nimm die Keule, Junge! Riecht schön ins Glied, Alter! Leute, helft mir! Ihr müsst ihn blenden mit der Flashlight! Ja, womit? Welche Taste? Ihr müsst ihn blenden! Du hast doch gar nichts zu tun! Check die Steuerung! Junge, ich muss AD drücken, damit ich runterfalle! Hä? Wo häng ich dich denn auf? Ach, da! Nein, nicht da! Ich brauche noch ein bisschen! Warte, zwei Mal! Du hast Kutschi! Kutschi! Du hast noch ein bisschen! Jaaaah! Da hängt er! Alter, Johnny, du kleiner Pisser! Heckt es einfach nur rum! Johnny, jetzt komm doch mal! Du hängst da nicht in der Hecke rum! Kutscha! Ich glaub an dich! Was, in der Hecke? Wo ist Johnny? Du bist so riesig! Johnny, bitte, Junge! Na, Kutscha! Wie gefällt dir das? Nimm die Kralle an, Junge! Oh! Nein, ich will hier raus! Oh! Okay, Kutscha ist dann! Echt gute Hilfe, Leute! Was ist das für ein... Kevin! Alter, Kevin! Komm her, mein Söhnchen! Johnny, du musst ihm nochmal helfen! Johnny! Ich bin auf dem Weg, aber ich weiß nicht, wo er ist! Moin! Geh wieder rüber! Ah! Da hab ich dich! Komm, hochgepackt, Junge! Komm, hier auf den Berg, Kevin! MP! Und hoch! Ja, zack! Moin! Ich will doch nicht links gehen! Ich hab meine Meinung geändert! Moin! Ich bin über den Berg gekommen! Ah! Der findet dich sehr verrein! Ja, geh da rein! Das ist sehr lustig! So, einmal hoch die Wurst! Und jetzt ab zum Räucherschrank, mein Junge! Irgendjemand war ja in einem Studio und hat dafür die Voice-Overs gemacht! Ja, Johnny, du bist kein guter Spieler! Huah! Lecker! Erbarmungsloser Sieg, Leute! Alter, Johnny, ey! 360! Der Killer ist heute Kevin! Und wir spielen die Map Cold Wind Farm! Also, Leute, ich hab übrigens den Killer, der Invis gehen kann! Das ist doch kacke! Was sollen wir dagegen machen? Es dauert lange, bis ich anklocken kann! Es klingelt! Eieieiei! Ach du Scheiße! Sola! Ach du kacke! Ich hab gar keine Lampe, das war Betrug! Wo ist meine Lampe? Das sieht gar nix! Oh Gott! Jux, ich hab keine Ahnung, weil ich's machen muss! Wer ist das mit der Rundmütze? Der Skutscher! Mann, ey! Immer ich! Ach kacke! Könnt ihr mir bitte helfen? Ist er immer noch hinter dir her? Er ist unsichtbar! Ich werde nicht durchgehen! Okay, Leute! Ich geh jetzt zum Haken! Wieso zum Haken? Ihr sollt die scheiß Generatoren reparieren! Alter! Ihr seid die übelsten Kack-Nubs! Ich bin die ganze Zeit an! Kacke! Ich bin nervös! Ich glaub den ersten, den ich machen musste, muss ich Max finden! Nee! Aber alle drei Generatoren ist ja wirklich... Oh shit! Auf Wiedersehen! Oh nööööö! Okay, Jux! War das der Plan! Nein! Nein! Boah, Alter! Wer hat's... Ich rette dich, mein Junge! Ja ja ja! Rettet's solar, Leute! Rettet's solar! So und jetzt lauf einfach! Ja? Jeder wie er kann! Lassuin den Generator! Übrigens, an dem Herzschlag hört ihr, wenn der Killer nah bei euch dran ist! Oh mann, er ist hier, Leute! Ich brauche Hilfe! Wie kommt man denn am besten vom Killer weg so? Was, was kann man denn eigentlich machen? Man muss die so laufen und dann kann man sperren so... Wir müssen doch mal sagen, wenn der Killer bei ihm ist, ne? Er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir! Okay, dann arbeitet Jungs, arbeitet! Mach die Generator und ich kite ihn, ich kite ihn! Ja kite ihn, ich kite ihn! Ich bin der Mega-Kiter, Jungs! Du bist der Mega-Kiter, Mega! Nicht, ne? Aber ich bin übel am Bluten, ne? Alles voller Blut! Ey, wir können nicht irgendwie reparieren! Er ist bei mir, er ist bei mir! Oh, du Sack! Er ist nicht mehr bei mir, er ist ein Noob! Ich glaube, wir haben den ersten Generator fertig, oder? Kevin ist ein Noob, ja, ja, mein Generator ist fertig! Ah, Jungs! Ich bin tot! Was ist los? Nein, du liegst nur, Junge, chill! Leute, er hängt mich jetzt auf! Leute, er hängt mich jetzt auf! Okay, ich brauche jetzt Hilfe! Ich bin nervös, meine Hände schwitzen so, Jungs! Kutscher hängt, den musst du jetzt jemand retten! Ich kriege diesen Scheiß-Generator nie! Ich hab den Generator fertig, Jungs! Leute, ich hab nicht mehr so viel Zeit, die Zeit läuft! Jungs, wer auch immer, das schleicht Lauf lieber! Mann! Jony, du hast Spaß hier! Nein, ich bin zu spät! Ah! Alter, Jony, wenn du noch einmal so ein Schleiffuß bist, ne? Ich werde da verfluten! Du hast gesagt, du hast nicht mehr viel Zeit, ich rette mein Leben, ich bin tot! Ah, er ist bei mir, er ist bei mir! Okay, das ist gut! Rift my knife! Er ist bei mir! Okay! Ah, nein, er ist bei mir, du Affe! Was ist das denn? Oh, ich hab was! Ah! Nice! Oh Gott! Johnny ist halt hinter dir her! Ja! Ich hab keine Ahnung, Mann! Oh Alter, warum sagst du ja? Sola geht zum Generator! Commander Down! Commander Down! Ah! Ich werde aufgehangen! Jo, ist richtig so, endlich mal! Alter, wie lange... Alter, jetzt beschwert Kim sich! Es geht dir um Leben und Tod, Kim! Der will mich auffängen! Alter, ich schwitz... Oh Mann, ey! Ich krieg den... Sola, du musst jetzt mal bitte alles geben! Nein, ich hör scheiß Ernst Kackficke! Ich hör scheiß Ernst Kackficke! Lass mich... Kämpfen! Kämpfen! Oh! Alter, was geht bei Johnny? Johnny, ich hör so nichts! Mann! Ich konzentriere mich hier nicht drauf! Ey, ich hätte ihn schon zehnmal fertig machen können! Kämpf! Alter! Meine Schulter krampft! Meine Schulter krampft! Johnny, gib uns mehr Zeit! Lauf! Max, lauf! Max, lauf! Ja, 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 ich hab's gesehen! Oh! Nein! Nein! Ah! Geh wieder rein, geh wieder rein! Alter, Kevin, was ist mit dir los, du Affe? Kevin, erinnere dich an die schönen Zeiten! Ah! Ah! Sola, reparier jetzt als Generator! Der Generator! Ja, wo ist er denn? Sola, hier! Sola, hier! Sola, hier! Reparier den Generator! Er wird mich jetzt wegschleppen, in der Zeit kannst du den Generator reparieren! Ja, aber wo ist der denn? Bist du blind? Bist du blind? Der Generator ist genau vor dir! Der Generator ist genau vor dir! Mach's fertig! Das ist unser Grunde! Oh nein! Sola! Ey, haltet euer Mauch! Ich muss Flochversuch machen! Der muss jetzt sitzen! Der muss jetzt sitzen! Mach und schneid! Nein! 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 Scheiße! Wir brauchen noch einen! Was? Nein! Ihr habt mich angelogen! Du dumm Wichser! Sola, Sola, Sola! Bleib mal stehen! Sola, mein Junge! Ich hab dich! Nimm den Cock in den Mund! Mach dich wieder! Oh! Nein! Nein! Ist nicht schlimm! Tut nur kurz weh! Alles gut! In so'n Drecksnu! Nein! Vergewaltigst du den gerade! Oh! Jungs! Oh! Jungs ist poch! Oh nein! Ab ins Kornfeld, Sola! Nöööö! Ist er bei dir? Ja! Ok! Och nein! Geh weg Max! Weg! Andere Richtung! Hä? Bist du instant RIP? Ja! Ich war schon RIP. So halbend war ich schon RIP. Ich war schon RIP! Häh ich hab dich doch geheilt! Oh Max! Oh Max! Fick dich, Fick dich, Fick dich! Da! Ich outplay' den Son, Jungen! Versteck dich im Schrank! Ok! Komm einfach nie wieder aus diesem Schrank raus Max! Bleib einfach für immer da! Die finden da nicht, die finden da nicht. Niemand. Ich denke, sie können mich dhuken, aber... Aieieiei! Wenn das so schlägt! Wir hätten jetzt wirklich im Schrank warten müssen. Jaja, jetzt reparieren, ja! Du wieder im Schrank? Hä, warum lebe ich wieder? Was? Alter, so schlägt! Aber Max wird hier langsam zum Profi, muss ich sagen. Ich bin auch Profi, aber... Aber mein Team hält mich zurück! Ja, Elo hält! Oh mein Gott! Halt dein Maul, Junge, ich muss laufen! Er wartet, er wartet. Ich hab mir so kurz in die Richtung geguckt. Oh mein ne! Nein! Captain Down! Was hast du jetzt für einen Keller? Was kannst du? Sag ich nicht. Sag mal nicht Kevin, das ist lustig. Lustig. Ich geh erstmal in den Schrank. Verpiss dich. Ab aller in den Schrank. Moin! Uiuiuiuiui! Als ob du schon hier warst, ey! What the fuck? Hä, wie kann ich denn... Ach so. Habe ich gerade ne Motorsäge gehört? Oh nein. Alter, die fucking... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Rett mein Leben! Ich komm nie wieder aus dem Schrank. Nein! 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 Mann! Die verfickte Kettensäge, ey! Ich komm nicht um die Ecken! Jo, ich hab meine Leute! Geil, Alter! Komm, Kutscha, komm! Bisschen näher! Bisschen näher! Ja, 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 ja! Oh, gut, mach! Ich hör den... Ah, Junge! Mann, ich hab ihn fast gehabt! Bin der verfickte Kettensäge, Alter! Hä? Die ist noch weit weg. Nein! Oh, Mann! Großartig gemacht, Kevin. Ich muss jetzt auch schaffen, gleich. Ich hau immer daneben. Oh, shit! Jo! Der Kutscher ist gehittet! Oh, nein! Ich legge übel! Ja, übel! Tate, Johnny! So, komm her! Hey, das sagt ja! Okay, toll! Wo bist du denn? Ach, da! Oh Mann, Johnny! Hör auf damit! Ja, aber bei mir bist du halt auch voll rumgeleckt, also heul nicht rum! Ich bin hier nicht so nehm... Alter, der Max ist mich jetzt so ruhig, Alter! Das gefällt mir nicht! Naja, ich bin afkar, bis die nächste Runde... No! Wichser! Wieso hast du dir nichts gesagt? Wer ist da weggerannt? Ich hab ihn nicht gesehen, no joke! Alter, irgendwer ist weggerannt und hat auf einmal nichts gesagt, ey! Ich hatte ihn nicht gesehen, wirklich! Aber ich bin direkt daneben! Wer auch... äh, Sola! Direkt daneben! Warum steht eigentlich bei Kevin auf dem Rücken Thomas? Weil ich's ja auch gewählt hab... Aber du hast halt die Möglichkeit, die Chance halt, ne? Oh mein Gott! Fuck! 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 Rente Sola! Rente Sola! Rente Sola! Jungs, ich bringe leider schlechte Botschaften! So mein Junge! Auf die Schulter! Thomas! Ihr habt grad Zeit! Er ist grad am aufhängen! Meine süßen! Wo seid ihr? Ich bin glaub ich direkt tot! Ich bin direkt tot! Cool! Also kann man dich gar nicht mehr retten jetzt? Ne! Ich bin weg! Wuh! Gibt life! Da! Da ist er ja! Jump! Der Frühjahr! Oh shit! Wie leckt das Spiel so übel rum! RIP LIFE! Woah! Das war schön Johnny! Das war schön! Das ist nicht gut! Du musst ein bisschen smarter jetzt sein Johnny! Bisschen ausminden! Ja! Das sieht gut aus! Johnny ist immer nur im Sneaker! Da macht er die Runde auch! Ne! Mach das Johnny! Ist alles gut! Sola! Oh nein! Oh Junge! Wo ist er? Bei mir! Bei mir! Bei mir! Bei mir! Immer dieser Moment kurz bevor man den Schrank aufmacht! Moin! Oh Gott! Erstmal in den Schrank! Erstmal in den Schrank! Mann! Johnny! Oh Gott! Oh Gott! Alter! Wie er dich da rausreicht! Wie er mich angeguckt hat! Oh nein! Solche Games! Nicht für mein schwaches Herz! Du kannst doch Johnny theoretisch... Muss ja direkt wieder kotzen! Kämpf Johnny! Kämpf! Der ist noch bei Johnny! Der ist noch bei Johnny! Der ist bei mir! Kämpf Johnny! Ich warte nur bis du einmal kurz nicht aufpasst! Dann hab ich dich! Kämpf Johnny! Kämpf! Jetzt kannst du rauskommen! Ich bin fast da! Komm raus! Okay! Okay! Ich komm! Nein! Du kannst es runterschieben! Das sind so Dinger die du runterstellen kannst! Willkommen Toronto! Was kann ich runterschieben? Oh Rips Ola! Ich spür die Kettensäge! Nee, 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 nee! Spür-Siii Ach, scheiße man! Alter, das nenne ich mal Balls of Steel ey! Wenn das klappt, alter! It was at this moment that he knew. He fucked up! Moin! Scheiße! Erbarmungsloser Sieg, leute! Ich bin nicht mal so kackig gewesen vor nem Punkt mehr! Alter! Komm schon die ersten beschwerte Tweets! Im Büro neben Hand-Of-Blood sitzen! Be like! Oh, ready. Aber nur mit den Hike-Poliken. Alter, locker Sola. Nein, bist du nicht. Alter, Junge. Es ist so ein Meme, ey. Alter, Kutsche wurde wieder erwischt. Man, ich hab halt ein bisschen Delay im Brain. Delay im Brain. Junge, ich hab... Wer kreist denn immer, Alter? Das ist übel eklig. Ich hab den ersten, ich hab den ersten. Nice. Oh Mann, der ist hinter mir, Leute. Hilfe, nicht schon wieder ich. Mann, der ist immer noch... Ich hab keinen... Spiel doch selber mal Killer. Ohne Witz. Ich glaub, das wär... Doch, das weißt du doch gar nicht. Nächstes mal ist guter Killer, kann er wenigstens jetzt erster sterben. Ey, wenn ihr mich jetzt wieder sterben lasst, ne? Ich spiel jetzt noch nicht mehr mit. Oh Mann, jetzt verkack ich's die ganze Zeit. Er ist im Hinterraum von euch irgendwo. Aber ich weiß nicht, wer das ist. Er ist immer noch hier in der Nähe auf jeden Fall. Oh, er ist bei mir, er ist bei mir. Nein! Fuck! Fuck! Motherfucker! Ich hab den zweiten, ich hab den zweiten, ich hab den zweiten. Alter. Hier, Johnny, komm mit, komm mit. Wir machen den hier. Mann, ich bin immer alleine. Ich war eben mit dir am Generator und du hast richtig reingekackt. Mann, ich bin immer alleine. Johnny, hörst du's? Ähm, ja. Man zieht sich. Ciao. Vor allem, wow! Wie? Alter, Kevin, was machst du da? Du Lappi! Ah, du hast mich erwischt? Was? Warum hast du mich erwischt? Ist er noch bei euch? Ja, äh. Ja. Nee. Äh, Johnny? Und? Ist er bei dir? Ja, ich hör ihn. Ich hör ihn. Okay, ich hör ihn nicht mehr. Er ist bei mir. Okay. Jetzt ist er weg. Alles gut. Er ist bei mir, Leute. Hab den dritten, hab den dritten, hab den dritten. Ich hab ihn auch, ich hab ihn auch. So ein bisschen quasi aufeinander. Ich hör ihn, ich hör ihn. Ist er bei euch? Run, boy. Run, ja. Ich hab einen, ich hab einen. Ich sehe einen. Ah! Aber wir haben jetzt doch vier, oder? Können wir jetzt raus? Aber wir brauchen noch einen. Ich kann das nicht! Er verfolgt mich! Kutscha, gib Gas, ich bin auch da! Er verfolgt mich! Komm zusammen! Zusammen! Nein! Kutscha, Mann! Ich kann das nicht! Dann hör lieber auf! Ich kann das nicht! Alter, du kackt nur! Er kommt. Weg, 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 weg! Kutscha, lauf! Das war ein easy Free Win! Der war schon zwei... Ich stell dich vor allem. Ich sitze da schon halbe Stunde dran. Alter! Das war der Freeze zum Free Win. Vor allem, weil ich auch noch vorbeikam. Kutscha, jetzt mach das Ding fertig. Ich... Er hält mich immer noch, er trägt mich. Er kommt wieder, Kutscha. Er kommt... Kutscha, lauf, 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 lauf! Nein! Nach... Ja, richtige Richtung! Lauf einfach nach da weg! Okay, dann kannst du wieder leben. Oh fuck! Was soll ja im Generator kommen? Oh nein! Oh nein! Kutscha! Oh Scheiße! Oh nein! Der kommt gerade aus dem Schrank! Hallo, du und Johnny! Könnt ihr jetzt mehr heimlich sein? Meine Fresse! Ich kack mich voll, ey! Ich bin der einzige hier, der irgendwas kann hier. Ich kack mich voll, ey! Ich bin der einzige hier, der irgendwas kann hier. Ich kack mich auch! Ne, ne. Ich bin gleich da! Oh Gott, jemand muss mich retten! Bucks, drück nichts! Drück nichts! Er kommt zu dir! Lauf, 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 lauf! Kevin, du Kack-Noob! Alter, wie hab ich's nicht getroffen? LOL! Kack-Noob! Ich hab den letzten jetzt! Wir haben's, wir haben's, wir haben's! Nein! Sula! Ich krieg ihn, ich krieg ihn! Ja? Konzentrier dich! Hops! Okay, wo lang? Da! Die Generatoren da hinten irgendwie an der Wand! Alter, hier kracht alles! Jo! Max! Ja, das ist so bad, dieser Killer! Mach auf! Mach auf, Junge! Ja, der ist hier dran bei mir, Mann! Lauf! Kutscha, lenk ihn ab, lenk ihn ab! Ich kack ihn, ich kack ihn! Ich kack ihn, ich kack ihn, ich kack mich nicht! Was, die Tür? Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Komm her! Ich kack mich! Ich kack mich! Kutscha ist offen! Kutscha ist offen! Haltet durch! Kutscha! Ich geh nicht ohne dich! Kutscha, komm her! Die Tür ist offen! Die Tür ist offen! Die Tür ist offen! Lass raus! Lass raus! Freiheit! Yes! Dieser Champion! Dieser Killer! Max, das haben wir gecarried, ey! Alter! Kutscha und nicht richtige Dooku, Alter! Ich schwitze wie Scheiße! Mein Herz rast nonstop! Echt?! Das ist nicht gesund, Alter! Was the fuck?! Bin ich mal wer anders, Killer, ey? Was los mit euch, ihr kleinen Hosen-Scheißer? Ja, okay, ich probier's mal, dann mach ich's mal! Nice! Jungs, seid ihr bereit? Kutscha, ich will dich mal 1A-Performance. Reicht mir langsam! Die Lehrtasten-Skills muss sitzen! Ah, ist bei mir! Ich hab wieder verkackt, Alter! Ist bei mir, ja, oh! Bin schon wieder tot! Nein, sag sowas nicht! Wir retten dich! Kutscha! Kutscha! Ich hab hier kein Ding! Ich hab hier nichts! Ja, ich bin tot! Ihr seht jetzt auch, wo Kutscha ist, ne? Ihr müsst umherschauen! Er ist noch hier bei mir! Er ist noch hier bei mir! Er hat dir noch eine Falle hingelegt oder sowas! Max, er ist in der Nähe von dir! Er ist richtig weit weg jetzt! Er ist richtig weit weg! Jetzt kommt er wieder! Jetzt kommt er wieder! Jetzt kommt er wieder! Ja, egal, mach einfach den Dings weiter! Ich hab noch mega viel Zeit! Gib uns ein paar Infos! Ja, genau! Gib uns ein paar Infos! Nö! Ich hör, ich hör! Bei mir! Bei mir! Bei mir! Bei mir! Lauf, lauf, lauf! Am Bus! Ja! Gut schon, jetzt! Bitte! Habs! 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 Ich find das richtig schwer, ne? Muss ich echt sagen! Alter, ich rasier grad Müll durch! Ich rasier auch durch! Alter, guck mal! Du bist auch, passen die beiden! Hab ihn! Ja, okay, nice, nice, nice! Ah, Jungs! Oh, kack jetzt! Wie er dich mitgenommen hat, ey! John! Johnny, du musst arbeiten! Ich hol die runter! Chill, chill, chill! Er hat mich noch nicht... Er hat mich runtergeschmissen! Das geht schneller! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Okay, Jungs! An die Arbeit! Er ist verloren, lol! Er ist nicht mehr bei mir! Hallo! Er kommt zu mir! Hallo! Max! Oh, was?! Ich bin so unzufrieden mit meiner Performance! Er ist bei mir! Er ist bei mir! Und meine Hände schwitzen so! Er ist ein Noob! Er ist ein Noob! Er hat mich nicht mehr! Okay, ich hab einen Generator! Ja! Ich bin auch gleich bei ihm! Fertig! Nein! Ich bin echt schlecht, glaub ich! Kevin! Er kommt! Ich hab einen! Ich hab einen! Ich hab einen! Wir brauchen noch einen! Kevin! Dreh dich um! Kevin! Nein! Er spießt mich am Haken! Pass auf! Er läuft! Ja! Sehr nah bei dir! Links von dir! Okay, ich renne weg! Ich renne weg! Wer? Ist er noch bei dir, Kevin? Ich seh ihn nicht! Er läuft zu irgendeinem Generator, glaub ich! Ich seh dich! Glaub ich nicht! Ah, scheiße! Kevin, komm runter, mein Junge! Danke, mein Junge! Alter, hier wird nie... AHHHHH! Ihr Arme, Alter! Kevin, komm zurück rauf, mein Freund! Thomas! Auf den Haken! Leute, kein Problem, ich hab den letzten! Ah fuck, jetzt bist du komplett ripped, ne? Ich weiß es nicht! Exit! Schön! Er ist an mir vor allem gejoggt! Sag das doch nicht so, Alter! Vor allem gejoggt! Du kannst rechts, rechts! Wollt ihr wirklich das Tor aufmachen? Seid ihr euch sicher? Joa! Ja! Schon, ja! Okay, raus, Johnny! Ja! Gutscher, wo bist du? Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir! Folg mir, folg mir, folg mir! Mein Humblei! Folg mir, folg mir! Bist du dran? Bist du dran? Ich bin in meine eigene Falle gelatscht! Ich geh doch nicht ohne! 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 Danke, Mann! Ich liebe dich, Bruder! So, ja Leute, wenn ihr irgendwie Bock habt auf TTT, Freightech der 13. Oder vielleicht... Oder einfach Computerspiele, die Spaß machen und weniger Herzrasen auslösen. Und ansonsten, wenn ihr lieber sagt, ne, Dead by Daylight ist schon geil oder geiler, dass wir uns da vielleicht mal ein DLC holen oder so? Genau! Haut rein! Tschüssi! Viel Spaß beim Ranked! Bei Dead by Daylight natürlich! Tschüssi! 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 T các mantener auf Vielen Dank.